Musik Was ich Ihnen heute erzählen will, das liegt schon einige Weile zurück. Ich war damals ein junger Pastor und ich war in Gnadental. In Gnadental war ein Treffen von Kommunitäten und evangelischen Bewegungen und man redete so drüber, wie man gut miteinander lebt und wie man für andere da sein kann. Alle waren evangelisch. Nur ein Franziskaner Pater war dabei und der war eindrucksvoll. Der hatte so eine braune Kutte und immer barfuß, sommerlich wie winters. Und ich habe den richtig bewundert. Und vor allen Dingen hat er mir gefallen, weil er so katholisch war. Also er hat eigentlich gesagt, ihr seid ja alle evangelisch, aber natürlich ist katholisch besser. Und sowas gefällt mir schon immer. Aber Jesus verbindet uns und das ist dann nochmal wichtiger. Und von daher war es einfach für mich ein tolles Erlebnis mit diesem Pater. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal hin und sage ihm mal, ich freue mich, dass Sie hier auf dieser Tagung sind. Und dann habe ich gedacht, nee, das lässt du. Dann denkt der schon wieder so ein junger Mann, der noch nie einen richtigen Mann gesehen hat. Du sagst gar nichts. Ich habe also nichts gesagt und wusste, alle mögen ihn. Und dann kam der letzte Tag. Ich komme mit meiner Frau aus unserem Zimmer raus und wir gehen diesen langen Gang entlang und da kommt er mir entgegen. Okay, habe ich gedacht, jetzt oder nie, bin stehen geblieben und habe gesagt, Pater, so und so. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich fand es so gut, dass Sie auf dieser Tagung waren und wie Sie so katholisch aufgetreten sind und doch ökumenisch, das war für mich sehr eindrucksvoll. Und dann traten diesem, der war vielleicht 60 Jahre alt damals, diesem Pater die Tränen in die Augen und er sagte, und ich habe gedacht, alle denken, soll dieser Katholik doch endlich zu Hause bleiben, warum stört der uns hier immer? Und ich wusste, ich wusste, alle fanden es gut, dass wir da waren. Und dann haben wir uns nachher verabschiedet und dann habe ich gedacht, Mann, wenn der das braucht, dass man ihm sagt, dass man sich freut, dass es ihn gibt und dass er wichtig ist, wie viel mehr brauchen wir normalen Menschen das eigentlich in unserem Leben? Und seit dem Moment habe ich richtig immer wieder darüber nachgedacht, warum sagen wir eigentlich den anderen so wenig von dem Guten, was wir an ihnen sehen? Wir sehen viel Gutes, aber wir sagen es nicht. Da traut sich jemand in der Gemeinde zum ersten Mal ein Referat zu halten und wer das macht, der steht danach da und hat eigentlich nur eine Frage. War es gut? Wie war es? Und wissen Sie, was in der Regel passiert? Nichts. Einer oder zwei gehen vielleicht hin und sagen was und die anderen denken, naja, er wird schon wissen oder sie, dass es gut war. Und das ist ein Jammer. Oder jemand hat den Raum schön geschmückt oder jemand hat einen tollen YouTube-Film gemacht. Aber jetzt sage ich, Tobias, vielen Dank, dass du das machst. Also, wir brauchen das nämlich, dass das, was wir tun, auch von anderen wahrgenommen wird, weil es einfach unserer Seele gut tut. Und es ist ein Jammer, dass wir oft so faul sind und uns das einfach denken. Aber mein Nö, das muss ich ja nicht sagen. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau 1971, da waren wir noch voll lobt, in Finnland war und wie wir einen Weg gegangen sind nach Pieksemeki und Klaus Vollmer war dabei und meine Frau. Und dann hat er zu meiner Frau gesagt, aus dem wird auch noch mal was. Und das sind so Sätze, die vergisst man nicht. Warum? Ja, weil es auch so andere Sätze gibt. Ja, man kennt auch andere Sätze, wo jemand sagt, ach, vergiss es. Oder wo man sich selber dann sagt, ach komm, das schaffst du nicht. Das ist alles so schwierig und so wichtig bist du doch alles gar nicht und stell dich nicht immer in den Vordergrund. Und man ist oft ja sein schärfster Kritiker. Und darum ist es so gut, wenn andere Menschen da sind und uns mal was Gutes sagen, weil wir das einfach brauchen. Ich denke an eine Freizeit in Norwegen, da haben wir so in kleineren Gruppen zusammengesessen und dann gab es einen Zettel, da stand oben drauf, du hast folgende Gaben. Und dann hat man dem einen schönen Satz hingeschrieben, wo man sagt, das bewundere ich an dir oder das finde ich gut. Dann wurde das umgeklappt und dann wurde es dem Nächsten gegeben und dann hat der was geschrieben. Und zum Schluss hatte ich eine Liste, jeder hatte eine Liste, da standen lauter gute Sachen drauf. Und es tut einfach gut. Ich habe heute noch ein paar Sätze vor Augen, die mal an einer anderen Stelle jemand so über mich gesagt hat. Und da habe ich gedacht, tut das der Seele gut. Wir machen in der Gemeinde zum Beispiel oft das Gabenseminar. Das ist ja auch so etwas Tolles, wo Leute entdecken, welche Gaben sie haben. Und da ist schon so viel Gutes daraus entstanden. Zum Beispiel, dass wir unsere Israel-Reisen machen. Da ist eine Mitarbeiterin zu Bernd Eimtor-Bäumer gegangen und hat gesagt, wann fahren wir denn endlich mal nach Israel mit der Gemeinde? Es würde mich so interessieren. Und dann hat Bernd gesagt, welche Gaben hast du denn? Dann hat sie ihn überlegt, einen Tag. Und am nächsten Tag hat sie gesagt, also ich habe die Gabe zu organisieren und mache gerne solche Gruppensachen. Und dann hat Bernd gesagt, ja dann mach es doch. Und daraus sind jetzt schon viele Israel-Reisen entstanden. Also entdecken, was wir können und es auch den anderen sagen. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ich habe hier gerade Post gekriegt. Eine Karte und da ist ein Bild drauf. Da steht, das ist ein Flowerbomber. Flowerbomber heißt Blumenwerfer. Ein junger Mann, der hat einen Blumenstrauß und der wirft diesen Blumenstrauß weg. Und da hat mir jemand geschrieben. Lieber Friedrich Karl, eine ganze Weile liegt diese Karte für dich nun schon bei mir. Ich musste an dich denken, als ich sie im Laden sah. Jemand, der Blumen auf Menschen wirft. Eine nette Geste, wie ich finde. Danke, dass du immer wieder Blumen nach mir wirfst. Ich freue mich sehr darüber. Ja, das ist auch ein Mensch, von dem ich ganz viel halte. Und wo ich denke, man muss es ihm sagen, weil es ihm gut tut. Und so tut es uns allen gut. Den anderen etwas Gutes sagen. Ich habe es jetzt wieder, ich erzähle lauter Beispiele, ich habe es jetzt wieder gesehen, ich habe Artikel gelesen in einer Zeitschrift, die ich schon länger lese und jetzt hatte ich mal Zeit. Und da habe ich diese Artikel mal viele gelesen und habe gemerkt, wie toll diese Artikel sind. Und was für tolle Inhalte das sind. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin hochgegangen und habe eine Spende geschickt. Aber ich muss jetzt noch mal eine Mail kurz hinterher schicken und sagen, vielen Dank für eure Artikel. Wie viele Leute schreiben immer tolle Artikel und wie wenig Echo kommt zurück. Und für den Artikel braucht der manchmal einen ganzen Tag. Und für das Echo braucht man genau fünf Minuten. Und dann ist das weg. Aber wir sind einfach zu faul. Und denken, das muss nicht sein, es reicht, wenn ich es gut finde. Wieso muss der das wissen? Gut, vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, ich bin wirklich toll. Okay, das ist auch schön, wenn man das sagt. Noch schöner ist es, wenn man das so sagt, wie es im 139. Psalm steht. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Also da staunt ein Mensch über sich selber. Und wir müssen ihm manchmal helfen, zu staunen. Denn dazu muss ich erst mal entdecken, was alles in mir drin ist. Als ich diese ganzen Gedanken fertig hatte, habe ich gedacht, und wo steht das nun alles in der Bibel? Man muss als Pastor das ja alles irgendwie auch biblisch begründen. Und da habe ich gedacht, also einmal ist es bei Petrus. Jesus spricht den Petrus an und sagt, Petrus, du bist der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich glaube, dieser Satz hat den Petrus später sehr gut getan. Vor allen Dingen, als er gemerkt hat, wie schwach er ist und wie viel Fehler er hat, dass Jesus sagt, ich traue dir was zu. Und in dir steckt eine Kraft und ich gebe dir meine Kraft. Und da kann was draus werden. Und dann habe ich nochmal geguckt, im Epheserbrief, da schreibt der Apostel Paulus, seid aber untereinander, freundlich und herzlich. Und dann habe ich gedacht, ja Paulus, wo machst du das selber? Und dann fiel mir der Römerbrief ein. Das letzte Kapitel, das 16. Kapitel, da lernen wir einen ganz herzlichen Paulus kennen. Paulus schreibt nämlich Grüße an die Gemeinde und ich lese einfach mal ein paar von diesen Sätzen vor. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Oh, haben Priska und Aquila sich gefreut, als sie das gelesen oder gehört haben, als dieser Brief in der Gemeinde vorgelesen wurde. Paulus hat an uns gedacht. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Grüßt Ebenethus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Und grüßt die Tryphäner und die Tryphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe. Oh, hat die Persis gedacht. Der Apostel ist ja lieb. Sonst schreibt er nämlich gar nichts über sie. Einfach nur, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt den Rufus, den Auserwählten in dem Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Ich glaube, die Mutter des Rufus hat sich noch nie so gefreut, wie über diesen Satz, was der Apostel Paulus da von ihr sagt. Und dann sagt Paulus ja, die anderen Namen müssen alle auch noch her. Grüßt Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem Heiligen Kuss. Ja, wenn das nicht herzlich war. Also, Paulus zählt die Namen auf, weil er sagt, man darf keinen vergessen. Wir müssen mit Namen genannt werden. Wir wollen vorkommen. Wir sind wichtig. Wir sind Gott wichtig. Und wir sind auch den Brüdern und Schwestern wichtig. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Paulus sagt also nicht nur, seid herzlich, sondern er ist selber wirklich herzlich auch zu den anderen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Also wir müssen das von außen hören, dass wir wichtig sind, dass wir Gott wichtig sind und dass wir auch Menschen wichtig sind, weil es uns einfach gut tut. Als meine Frau die letzten, die dritte Serie der Lebenskarten gemacht hat, da haben wir auch noch so überlegt, wo gibt es gute Sätze? Und dann habe ich gesagt, also ich habe noch einen guten Satz. Und der heißt, ich nehme das Gute bei anderen wahr und sage es ihnen. Ich nehme das Gute bei anderen wahr und sage es ihnen. Und das und sage es ihnen, das ist so wichtig. Wenn man das macht, dann tut man den anderen gut. Und darum seid untereinander freundlich und herzlich. Nehmt das Gute wahr und sagt es den anderen. Werdet Blumenwerfer. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr selber Freude haben. Dann werden die anderen wachsen können in ihrem Leben. Und dann werden sie auch solche sein, die anderen wieder was Gutes tun. Denn wer selber reich und beschenkt ist, der kann auch andere beschenken. Bleibt behütet und bleibt gesegnet und bleibt ein Segen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020